moin sens und willkommen zurück zu einer weiteren folge battle chasers night war hier für die nintendo switch und das ganze auf meinem kanal so bis hierhin sind wir gekommen hier ist das große ausrufezeichen und wir gehen jetzt einfach mal rein der eiserne außenposten ok wenngleich nur noch eine ruine sind die früheren ausmaße dieser gewaltigen festung noch offensichtlich die natur hat mit der rückeruhrung der alten mauern begonnen und der moosgeruch vermischt sich mit der salzigen brise die den eingang umweht nachdem es dort nun von partiten wimmelt ist seine zeit herauszufinden welche macht und verbrecher dieser alten städte das coole daran ist ja finde ich an dieser ganzen spielgeschichte das finde ich ganz geil immer diese beschreibung und so ich meine auch das coole das übersetzt worden wäre also synchronisiert worden wäre dass jemand das erzählt so aber das ist so wie in so einem guten alten pen and paper roman dass man da lesen kann so herausforderung heroisch kann man machen dann kriegt man natürlich nur großen schatz legendärer der deren schatz ok aber wir sind ja leider noch gar nicht so gut ist wegen wir machen die normalen und hoffen dass wir irgendwas erreichen mittel ich weiß nicht ob es noch weniger gab wir probieren es mal aus so unser erster dungeon sozusagen größerer dungeon ich bin bereit wenn ihr es seid du kannst deine herstellungsrezepte in deinem buch ansehen aber du kannst nur an werkbänken in den dungeons herstellen verkäufer in der stadt können vielleicht auch überzeugt werden die ihre werkzeuge zur verfügung zu stellen ok das ist natürlich gut zu wissen dass wenn ich was bauen will dass es wirklich nur geht in den dungeons der versuch ein zeug mit weniger als 100 prozent erfolgsstrang zu fertigen führt erfolgsfall zu einer ungewöhnlichen zeug aber bei einem misserfolg sind alle bestandteile verloren ok ok muss aufpassen also wenn man etwas herstellt darf man manchmal ist eine defensive aktion die beste option wenn man weiß dass ein feind einen besonders starken angriff wirkt das stimmt na gut aber das müssen wir jetzt einfach rausfinden das ist ja weil unsere kämpfe waren bis jetzt kleine kämpfe hier werden wahrscheinlich ein paar größere kommen und so wie ihr erlebt gerade wird es auch ein größerer dungeon sein mal sehen ich bin gespannt jede waffe und jede rüstung kann eine verzaugung halten die sie noch stärker macht der eisernen dungeon jetzt geht's los wir werden sie alles angucken irgendwas geht so dass die tür ist der eiserne außenposten ziemlich gut beleuchtet dafür dass er verlassen ist wir haben uns nicht sonderlich vorgesehen wir sollten auf widerstand vorbereitet sein dann sind wir mal nicht vorbereitet erkundet den eisernen außenposten ich dachte das lebt dann mal wieder was wir essen gehen da sind überall die gegner sieht man ja immer das ganz praktisch also man braucht sich nicht überraschen lassen und man muss auch nicht alle gegner mitnehmen wie ich sehe man kann sich auch durchschleichen naja macht natürlich nicht so viel sinn denn wir wollen ja auch ein bisschen was bluten hier weil sie welche rausgibt die mich angreifen oder mir auch nicht weitergehen kann ich muss da diesen raum reingehen damit was passiert das machen wir jetzt auch einmal okay gut da müssen ein bisschen power reinhauen glaube ich ja auslöschen so war auch mal die haben ein bisschen mehr leben 41 also wenn ich bin vorbereitet für den dungeon würde ich sagen okay okay mhm hier machen wir mal dies hier und er hier darf willkürlich Wollen wir, wollen wir noch ein Schild Vielleicht haben wir Glück Ah, ärgerlich Alter, die hauen aber ganz gut rein, die Dinger Steigen wir ja auf, dann müssen wir nicht gleich alle heilen Das kann man natürlich nicht Hier ist ein Eis in der Klingelring Oh, was ist das für ein Ring? Den schauen wir uns gleich mal an Ich weiß, warum wir es hier drin finden Kriegsbeute, dir ein Tageborentrag ist mit der Hand auf Pergament gekritzelt General Xavier ist letzte Nacht von der Hauptfront zurückgekehrt Weil es dunkel war, hat ihn kaum noch richtig zu Gesicht bekommen Und konnte mehr sagen, als dass es ihm gut zu gehen schien Die Kriege anderswo haben den Außenposten Tribut abverlangt Da sich die reinen Lichter und unsere Abwehrübungen gelascht werden Ich weiß nicht einmal, ob sich Rabenherz letzte Nacht überhaupt die Mühe gemacht hat, Streif zu gehen Aber es scheint mir schon immer voller Hatten wir schon mal gelesen, ne? Ehrlich Ah, warte mal Ne, mehr ist noch nicht Was ist das hier? Diese mysteriöse Würfel summt vor Energie Als sie euch nähert, wenn er seine Fläche ist ein Entschuld Manche Kästen geben, dieser nimmt Wann, wenn du kannst, dann erwarte die Stärke Ihr könnt ihr ein Stück Auslustung geben Wisst aber nicht, was dann passieren wird Ein Zeug für den Würfel Machen wir mal Geben wir ihn doch mal In Zyklon In Zyklon Oh, was passiert mir? Was macht da wirklich? Nein! Der ist in einem anderen Ach scheiße, jetzt müssen wir den wieder finden Damit wir unsere Waffe wiederbekommen Das ist ja bekackt Warte mal Haben wir denn noch irgendwas für ihn hier, was wir ihm geben könnten? Warte mal, wenn er nicht ganz ohne Waffe da steht Warte mal nicht, ne? Hätte ich mir mal vorüberlegen sollen Uh, das ist schlicht Ehrlich Er hat keine Waffe Uh, uh, uh Sascha, Sascha, das war ja behindert Was machen wir denn da? Na gut, vielleicht kriegt er, dann kann er den Ring bekommen Damit er ein bisschen Was hat Scheiße Das war ja bescheuert Na gut Müssen weiter Nützt ja alles nichts Ok, hier können wir schon was einsam Oh, das sind Gegner Guck Problem ist Müssen wir hier nochmal zurück Dann gehen wir unten rum Also ich kann ja alle Bereiche hier betreten Dann können wir auch mal gucken, wo wir hinwollen Ah, ok Ah, ok Oh Da ist der Würfel, habt ihr den gesehen? Da unten, den müssen wir über den SS springen Das ist nämlich gearscht So, wir haben aber noch etwas anderes bekommen Und zwar Büroring der Natur Ähm, noch einen Ring Gibt da irgendjemanden was nicht? Na sie Oder ihr geben, ne? Ein bisschen die Ausdauer Ein bisschen die Ausdauer Hier sind ein paar Gegner Ok, ich hoffe es geht für irgendwas Hier Hm Eieieieiei Ok, du musst einfach nur heilen Das war ihn hier Und du Und du Und du Und du So Ja, ja Die hauen aber mal ganz gut rein Also Ah, bandiert darauf euch Ich brauche Eieieiei Wir haben ja noch ein paar von den Tränken Dass wir die zurückholen können Aber Mist Ich dachte ich könnte Machen wir weiter Oh 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 Na gut Na gut Was? Achso darf zweimal Achso Achso Ok, wir haben ja Einfaches Ist der schon weg? Du kriegst Du kriegst einen Bauchtreffer Und du kriegst einen Bauchtreffer Ok Ah, verdammte Angst Perfekt ein Mini-Gelägen Richtig so Ist natürlich keine Achso Achso Er kriegt auch trotzdem Erfahrung Das ist natürlich cool Das kenne ich bei den JRPGs bei anderen anders Dass die dann keine Erfahrung bekommen Wenn man totgegangen ist Im Kampf Aber das ist natürlich cool Dazu müssen wir Hier einmal kurz reingehen Denn Er wird ja den niedrigsten Äh Was gibt Ok Was wird da Würfel gebrauchen Ja? Ah, ich weiß hier Ob ich das jetzt noch gewartet habe Oder wollen wir das jetzt noch rein? Ui So hat er eigentlich so wenig Energie War das gleich reingerammt In den Schatten? Das ist natürlich cool Ich glaub das war das, ne? Ja, ok, so Wir haben uns was gibt Der Würfel fühlt sich warm an Und sumpft vor derselben magischen Energie Wie zuvor In seinem leuchtenden Kern Kann man das heute kennen Dass der Würfel von euch zugekommen hat Doch es sieht irgendwie verändert aus Ein Zyklon Ok, kommen wir rein Den müssen wir ja wieder geben Oh, alter! Ok, ich hatte ja vorher nichts, ne? Aber er scheint ja Besser zu sein als vorher Was uns ja nur zugute kommt Ok, besser als tot Und hier? Was? Ihr habt die Dungeon-Karte gefunden Ah, cool! Ok Äh, wie kann ich die hier dann in der Karte angucken? Die Karte hier Guck mal, keine Ahnung Guck mal, eine Ahnung Werden wir hier Da müssen wir schon mal rüberrennen. Okay, hier gibt es auch ein paar Sachen zu entdecken. Ach nicht, da reingerannt der Assi. Ein Schattenvieh. Ja, dann machen wir es mal so, ne? Angreifen wird uns ja sowieso. Soll er noch mal kommen. Jetzt hast du dich leider gezeigt, das war dein Fehler. Das ist eine fette Blutung. Ei, 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 neid aber auch immer mit dem Fliegen rein. So, das war beinahe schwer. Okay. So eine Kiste. Ich habe gar nicht aufgemacht die Kiste, weil er uns angegriffen hat vorher. Ein Brunnenkurbel. Perfekt für die nächsten Brunnen. Gibt es nichts, gehen wir mal da runter. Was? Was haben wir runden? Wir werden einfach abgehauen. Wir werden einfach abgehauen. Ich habe hier eine kleine Griffe. Wollen wir den bisschen verschrecken. Ach guck, dann kann ich immer genau so. Man sieht ja links immer, wo man dann landet, wenn man was benutzt. So. Doof. Da sind jetzt eine Achtung. Wollen wir ankommen. Gasse. So. Gefällt dir das? Schweinepriester. Na guck mal. Vielleicht schaffen wir hier unten ja nochmal zwei, dreimal zu leveln. Weiß es nicht. So. Aus den Brunnen trinken. Du gewinnst mehr Erfahrung in Schlachten. Ah cool. Was ist das denn hier? Kann ich benutzen, wenn Feinde in der Nähe sind. Wo sind denn Feinde? Ach da hinten. Okay. Okay. Wir müssen aber den Feinde auch mit oben killen. Wollen wir das auch nochmal schnell? Gut. Ihr seid tot. Ich bin voll die Blutung. Ja. Auch. Hey ihr habt. Ich bin voll die Blutung. Ich bin voll die Blutung. Ja. Ich bin voll die Blutung. Oh gete ich dich. kampf geschickt eingefädelt das gute ist ja dass man echt schnell steigen kann dadurch muss man nicht immer die leute wieder mit energie verpumpen und unsere special movements werden auch wieder aufgefüllt so gucken was wir machen konnten das ist genau was das denn hier drei von vier ein tagebuch eintrag ist mir in der hand heute bin ich schließlich general cyber persönlich begegnet nach dem ganzen gerede über seine veränderung mit seiner rückkehr von der front war ich überzeugt dass es übertrieben war jetzt weiß ich nicht ob es ernst genug genommen worden ist er ist in eine neue rüstung zurückgekehrt ich zögere es eine rüstung zu nennen dass sie einfach mehr anfühlte wie sie auch im matten fackelscheinen der tiefen korridor im außenposten geglänzt war unnatürlich ich könnte auch sagen dass sie mit kopfschmerzen verursacht hat aber das war vermutlich der charakter kopfschmerzen verursacht hat er jetzt gedacht ich bin auch schon weg gedrückt das tut mir leid ich sehe was ergibt okay alle jetzt leuchtet sein okay dann gucken was es ist genau ach so hier kann ich immer so die karte wenn sie kann ich nämlich auch von einem port zum nächsten bieten wahrscheinlich entdeckt hat das ist ja auch nicht schlecht so was gibt es denn hier zwar ein riesen fisch das er ist gut erfahren was ist denn das gewesen das spiel gefällt mir ganz gut ich weiß nicht wie es euch geht das ist schon sehr cool ach guck mal da hinten da ist eine bank wo wir das baum können vielleicht sind wir da als erstes hin ihr habt einen für ein messer gefangen keine ahnung was es war ich habe ihn einfach eingegreift ich dachte es wäre ein gegner war es aber nicht dass er ja Doppelkegel, wieder ein Sieg. Sollen sie eigentlich alle aufsteigen? So. Linke Reinigung erschlossen, Verspotten erschlossen und Stachel erschlossen. Wieder neue Sachen gelernt, die sie jetzt können. Wir werden gleich mit der nächsten Runde mal ausprobieren. So, alles ist wieder voll. Und wir können die Werkbank wechseln. Und jetzt K.O.-Handschuhe bauen. Talspeerrüstung. Bringt uns ja nicht viel, denn... Ihn hier aber. Verstärkte Kriegskompassung. Das bauen wir mal. Jetzt bauen wir die. Erfolg. Cool. Mehr können wir davon nicht bauen. Was haben wir noch? Ein Ring wird offen. Bonus. Bringt nur unserem einigen Heini was. Das würde jeden was bringen. Können wir nicht bauen. Aber wir machen diesen Küsten Eisener Klingelring. Nehmen wir auch mal. Okay. Was haben wir noch? Was sind die Sachen die wir gebaut haben? Also so ne Kiste? Die landen wir ein paar Teilchen rein. So. Ähm. So den Ring. Den geben wir. Mal ihm hier. Die Tunika. Die kriegt natürlich unser guter Gulen. Perfekt. Ja. Wir wurden dann schon weiter erforschen. Ähm. Müssen wir leider schon stoppen. Es tut mir leid. Aber es ist schon wieder soweit. Ähm. Ich hoffe ihr seid beim nächsten Mal dabei. Wenn wir weiterspielen. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend. Und tschüss. Appartezeit. Appartezeit. reyse